Man sagt, dass man auf dem Weg zum Partner herausfindet, wer man wirklich ist. Es ist gnadenlos und ich bin sehr nah dran. Du hast sechs Jahre lang nonstop gearbeitet. Es ist im Sack. Meinst du ehrlich, du könntest mit dem begehrtesten Treuhandfond von New York ausgehen, ohne dass es jemand bemerkt? Aber weil ich jetzt am Suncorp falle, gibt's kein drittes Date. Lass dich von dem Laden nicht auffressen. Die Liebe deines Lebens von... wie lange ist das her? Er ist nicht die Liebe meines Lebens. Sechs Jahre her. Willkommen im Dschungel. Ich seh schon, wer die wahre Konkurrenz ist. Jeff Murphy ist ein Fuckboy. Abstand halten, ganz großen Abstand. Der von euch, der mit Marty arbeitet, wird garantiert Partner. Das wäre dann ich. Soll ich ihn umbringen? Ich habe zwar noch nichts durchgeplant, aber... Es kam raus, dass eine Klage gegen sie in Louisiana läuft. Die Klägerin steht im Wald. Sie hört nie auf zu arbeiten. Sie kann sich den Luxus nicht erlauben. Oder sie macht sich Sorgen. Was passiert, wenn sie sich erlaubt zu tun, was sie eigentlich möchte? Was? Ich verpasse keine Gelegenheit, dich in einem hübschen Kleid zu sehen. Das ist das allergrößte Geschenk. Drama, aber nicht mein. Sie wollen doch Partner werden, oder Jan? Ja. Verkacken Sie es nicht. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, in dieser Kanzlei eine Person of Color zu sein? Wenn wir oben sind, schieben wir sie Stückchen um Stückchen. Ich messe den Fortschritt nicht in Stückchen. Ich habe hier eine Anwaltsdame für Sie. Anwältin reicht vollkommen. Ja, Schätzchen. Im Leben geht es nicht nur darum, Partner zu werden. Geh da raus und lebe ein bisschen. Mit Nick und mir ist es toll. Zusammen zu sein ist leicht. Nur, es geht so schnell. Sie kriegt Murphy nicht aus dem Kopf. Ich denke nicht, dass ihr Kopf das Problem ist. Wir sind Anwälte. Risikomanagement ist unser Ding. Brauch mir nicht mit einer guten Zeit.